Das ist Isaac Newton. Isaac hat Hunger auf Äpfel und schüttelt am nächsten Apfelbaum. Dass die Äpfel vom Baum direkt runter in den Wagen gefallen sind, liegt an der Gravitation. Diese bewirkt nämlich, dass alles auf der Erde zum Boden gezogen wird. Um die Äpfel nach Hause zu bekommen, muss er den Wagen ziehen, da er sich nicht von selbst bewegt und träge ist. Dies lässt sich durch das Trägheitsgesetz erklären. Hierbei muss eine Kraft, in unserem Fall der muskulöse Isaac, auf einen Körper wirken, was der Wagen mit den Äpfeln ist. Ohne zusätzliche Kraft bleibt der Körper an Ort und Stelle. Kräfte wirken immer in eine bestimmte Richtung, welche man auch als Vektor bezeichnet. Diese kann, genauso wie die Geschwindigkeit, durch weitere Krafteinwirkungen geändert werden. Körper können durch Kräfte, wie zum Beispiel ein Aufprall, verformt werden und diese Aspekte werden unter dem Kraftgesetz vereinigt. Dieses besagt außerdem, dass die Kraft gemessenen Newton ausgerechnet werden kann. Mit folgender Formel. F ist gleich M mal A. M steht hierbei für die Masse des Körpers und A ist die Beschleunigung. Da Isaac nicht mehr der Jüngste ist, will er nun seinen Wagen mit Hilfe seines Fahrrades ziehen. Hierbei wird ihm das dritte Newton'sche Gesetz zum Verhängnis, das Gesetz der Wechselwirkung. Dieses besagt, dass in unserem Fall Isaacs Fahrrad auf den Wagen eine Kraft in die eine Richtung ausübt, wodurch der Wagen eine Kraft in die andere Richtung hat. Übersteigen nun die entgegengesetzten Kräfte, die des Seils, reist dieses und Isaac muss seine Äpfel leider wieder selbst schieben. Um wieder zu Kräften zu kommen, muss Isaac erstmal ein paar seiner Äpfel essen.